Wunderschön. Heute gehen wir nach der SOSTEX, die handelnden K-Pop-Pop-Up-Storm, den wir mit organisiert haben. Heute kommt auf MUA, das ist ein K-Pop-Idle aus Korea vorbei, um ein paar Sachen zu unterschreiben, um allen und exklusiven Menschen mal vor Ort kaufen kann. Genau, und wir haben auch unseren K-Pop-Pop-Storm dort. Und hier gibt es auch noch einen ganz anderen schönen Beauty-Punkte dabei und das schauen wir uns an. Jetzt ist es 6.14 Uhr und meine Bahn kommt weit. Meine Bahn geht einmal von Frankfurt nach Berlin. Wenn man sieht, stehen hier tatsächlich schon die Leute an. Die wollen alle zum K-Pop-Pop-Storm. Jetzt geht erst eine Stunde los. Also, das ist anstehend bei den Minus 10 Gramm. So, ich bin jetzt im Pop-Up-Storm tatsächlich angekommen. Ich habe schon ein paar Videos gezeigt, die wir nochmal aufgebaut haben. Wir hatten ein bisschen Produktprobleme. Und ich habe jemanden ganz tollen jetzt aufgesehen und zwar die Video von Beauty Love. Ich glaube, du kennst dich vielleicht von den Instagram-Videos. Ja. Ja. Und die Dascha ist auch da. Sie ist allerdings ganz freilich. Und ja, wir bereiten jetzt alles weiter vor. Hallo. Wir freuen uns auf den Final. Jaaa! So sieht das jetzt hinten aus. Ich komme. Ist ein wunderschöner Banner. Bis zum nächsten Mal.